Live on Twitch der BXR Blizzard wieder mit HOTS ich hab die Quest, gewinne 3 Spiele und dann schmieren wir erst mal was, was ich kann Wir werden ein neues Schicksal schmieden und das war schnell gefunden Gucken wir mal was Sprengkopf, Manufaktur Die Gegner haben auch einen Varian Valera, einen Kleiner, einen Fallstart und die Diva und wir haben Raynor Atanes, Gaumen und Chromi Und es lädt und es lädt weiter Gucken ob bei OBS alles passt Ja Und es lädt immer noch Warum lädt es heute so lange? Warum? Ich warte schon mal vor, heute gibt es ein kürzeres Stream als sonst Weil ich noch ein bisschen was zu tun habe Ja Ja Uuuuh Es hat geladen 333 Level Wäre er doppelt so hoch, dann wäre er der Teufel Post Zack Ahah, da haben wir noch einen Tank Dann kann ich auf Furry gehen Ich drehe mich jetzt schon Ich sprühe meinen Einhorn auf den Boden. Und los geht's zum ersten Spiel des heutigen Abends. Ich hab das Gefühl, es leckt. Warum leckt es? What the fuck? Ich kämpfe für meinen König. Ok, ich hab auch einen Wally. Da. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Oh, da kommt was. Awesome, awesome, awesome. Okay, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Okay, die Sprengkörper sind da. Unten bei mir in der Kanal-Infos findet ihr den Link zu unserem Discord, wo ihr gerne scheuen könnt, um mit Minerunde zu spielen. Und da haben wir den Kill. Ich gehe unten mit der XP sammeln. Ja, das stand Talent 2. Okay, wir scheinen auch irgendwo rumzutillen. Da fahre ich bis hoch. Oh. Yes. Okay. Okay. Da machen wir unter uns weiter. Klappen Nicht mit mir, Dudes Das wird Sven Die schlafen Die schlafen Die sich der Gäste Die sich ein bisschen Sieht Der 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 Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Und. Und. Ja, da war ich ein bisschen greedy. 1-1-1. 1-1-1. Wer will auf die Mappe? Ich denke, ich spreche. 3-2-1. Jetzt. Let's see. Dann. Ah, was wollten sie da? Schalalalalala Schalalala Sieht mit Ehre Läuft er auch noch rein Was findet er eigentlich? Der hat sowieso keine Chance geben Ah, Hauptsache ich habe ihn auch mitgenommen Und dafür haben wir das Lager jetzt bekommen Schade, schade Ich habe heute Besuch im Stream Meine Freundin ist da Dann gehe ich halt den Boss machen, wenn es sein muss Schalalalalala Schalalala Schalalala Boah Nee Da Wir denken dasselbe Wer gewöhnt ist? Vielleicht Seit Wir brauchen Wann Was ist denn Das funktioniert Jetzt Und da haben wir den Boss Und der Boss ist unten am pushen Und da haben wir den Boss 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 Wie kann das gehen? Ich habe vergessen den Stream schnell zu gehen. Schande über meinen Haupt. Da habe ich auch eine Beutetruhe bekommen. Ah, komm ich mache es einfach mal offen. Die Erskine gefällt mir. Die nehme ich doch direkt. Deswegen habe ich kein Gold zum Reworn gehabt. Oh, Lucius 50% reduziert. Okay, ETC habe ich schon. Aber den habe ich noch nicht. Ich kaufe mir noch mal direkt. Das kaufe ich mir nicht, Skins oder so. Das ist alles für die Kisten. Aber ich versuche aktuell alle Helden zu bekommen. Und da fehlen mir nur noch... 17. 17 Helden fehlen mir noch. Ich werde die Zahlen nicht wieder weg. Neues Portrait. Gucken wir mal hier. Erfolge. Da ist auch nix dabei, oh Dürfel sind die neu, ich werde mich gleich dran erinnern. Sepia, Superhelden, Supersonja, Gastronauts, Diablo-Legenden, Hearthstone-Legenden, Warcraft-Legenden, was hat denn hier? Verderbte Arthas in Warcraft 3, Todesritter Arthas in Warcraft 3, aber ich glaube ich nehme Tyrande. So. 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 Ich spüre den Tod an diesem Ort. Ich habe euer Ohr. Das nehme. Zeit. Was ist denn los? Ich habe es gelöscht. Wie geht es? Ich habe es gelöscht. Alles? Ja. Oh. Ziemlich ist es 2.10. Schleifend Set. Ja, Schleifend Set. Glückwunsch. Ist es kalt? Ich auch. Das waren alte Hände. Ja. So. Das ist mir leicht. Ich bin ein Schlachtfeld der Ewigkeit. Ich bin ein Schlachtfeld. 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 Jetzt kann ich den zu Kn��chen loswerden. Für die circa 230 Sekunden okay, das lässt sich das anw почти nicht mehr... Okay? Okay, okay. Hoffentlich seid ihr so weit, denn wir beginnen in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, und look it! Ich habe die AP 22 Sekunden. Interessant. So sei es. Klickt in den Abgrund, wie er in euch blickt. Okay. 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 Oh mein Gott Oh, ich kann Todspieler belegen, das ist nicht toll. Ich halte das Gleichgewicht auf, aber ohne Shotguns ist es nicht so gut. Ja, da war ich abgelandet von Skills Riesen. So, 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 so. Das war so. Ah! Neu war das ja. Ich erhalte das Gleichgewicht aufrecht. Ich bin so verwirrt, oder? 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 Wählt ein Talent! Okay, noch mal das. Okay, noch mal das. Okay, noch mal das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, sorry Leute. Ich musste eben eine Freundin zur Tür bringen. Okay. Wir sollten uns mit ihren Söldnern anfangen. Okay. 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 Tschüss, Ball. Dann wird die Tiki nach ihm ein bisschen. Hey, wir wollen das nicht auf Bäumen rum. Doch, eher in. Oha, unsere Ziele wird angegriffen. Ich erhalte das Gleichgewicht aufrecht. Nun mache ich meinen Abgang. Okay, die geht auf mich. Die gebe ich ganz schlatt zu. Ich will mir mal den Typen. Ich will jetzt mein Kumpel auch immer. Ja, ich will mir erstmal. Ganz normal hier. Was ist denn heute hier? Was nehme ich da denn? Schade, schade, wenn ich das dann. Naja. Nein, da. Ein Goblin hört zur Horde. Also nehmen wir auch das Kriegsbein der Horde. Aber natürlich hier mein Pony. Und Lili als Ansage aus. Was geht? Haha. Hat einer noch ne Abrissbürde verlangt? Mal gucken, ob ich meinem Kumpel gerecht werde mit dem... Ich bin gar etwas verdient. Ein bisschen. Ich bin gar nicht mehr. 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 Und ich will den Anschluss zum Brexit. Brexit, nicht Brexit. Und es leid, und leid, und leid. Locker, circa, und so bleibt einer der zwei Käfige vor, die sie öffnen sich weiter. Und dann werde ich von CW auf beide Basen zurück. Er geht euch ein CW ab und unterstützt einen eigenen. Der CW greift auch Hilden an, also sei vorsichtig. Im Gegensatz zu den meisten anderen Graben, zwischen den Anhalten greifen CW eure Hilden an, also SORG hilden an, sei. Also vorsichtig. Okay. Uuuuund Gucken wir erstmal, also ich kann hier Türmchen ausstellen Todeslaser 3 Sekunden 100% erreicht Okay 5 4 3 2 1 Der Kopf beginnt! Pfff Aber das ist ja 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 7 7 7 8 8 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 10 10 11 12 10 11 12 13 11 12 13 Okay. Holen wir uns mal kurz das Fisch hier. Was ist das, was alles tut? Hm. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich weiß, dass Sie bescheidigt sind, aber bitte kümmern Sie sich zuerst um die Zerg! Was ist das? 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 Nichts! Mit dem Anschlag können wir etwas lernen. Hm, okay. Nein, nein, nein! Der Großteil der Zert kommt in unsere Richtung! Der Großteil der Zert. Das war's für heute. Okay. Das ist ein Schlamm von Todeslezer. Ja klar. Tolle Technik! Die Signale werden mit ihr nativ verschockt! So... Mane, lad dich auf! Die Signale sind wieder aktiv! Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, bevor der Feind es tut! Oh mein Gott! ... ... ... ... Oh Was ist das? Oh, mehr Towers! I like it! Oh, mehr Towers! 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 Towers! Oh, mehr 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 Towers!